Hallo und willkommen zu den Sport- und Spieltipps der Sportjugend Rheinland. Heute habe ich das Sportarten-AWC für euch vorbereitet. Hier müsst ihr versuchen, für jeden Buchstaben im Alphabet, also von A bis Z, eine Sportart euch auszusuchen und diese auch nachmacht. Zum Beispiel A ist Abfahrtsrennen im Ski, B ist Bogenschießen und immer so weiter. Mal sehen, ob ihr das ganze Alphabet durchbekommt. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.